ARD Text im Auftrag von Funk Hey, ist sogar jemand draufgegangen, Alter, was ist das denn gerade? Ich hab mir sogar auf dein Gefühl, Alter, und dann BÄM Bei mir in die Schnauze voll ist, zeig ich jetzt den Warlord, Alter, Mann Die Sache, ich hab als dritte Fähigkeit, das ist endlich mal die underratedste Fähigkeit Ich wollte eigentlich einen Warlord nehmen, aber da hab ich nicht gedacht, der Getschenspringer, schon vorher Die dritte Fähigkeit, dass wenn ich jemanden belebe, dass er einfach kurzzeitig ein Schild kriegt, Alter Ah, ach so, ich hab das gar nicht im Schirm gehabt, dass der Warlord-Winger so eine Fähigkeit hat, so eigentlich Ja, die benutzt keiner, Alter Weil in erster Linie wollen die meisten ja auf ECO spielen, Alter, und denken gar nicht für das Team Und im zweiten, jetzt gibt's ja zweite Luft und die Bomben, was deutlich die bessere Wahl ist, aber da das jetzt runtergenervt worden ist Zweite Luft Bomben auch, dadurch spielen wir so als Teamplayer hier Der Live-Bringer Ja, ich muss noch meinen ganzen zweiten, Alter Der Live-Bringer, Alter Der Live-Bringer War-Bringer, Live-Bringer Die Version werden könnte ich auch wack, Alter, war... Das tönt mich auch ziemlich auf 50% ab von diesen Heroes Ehrlich Ja, das ist...du Bullshit Klar kann Napoleon name, aber warum nicht die männliche Version? Das haben wir ja auch vorher bei jedem Hero auch gemacht Bei den neuen DLC, also Update-Heroes, weißt du? Und da passt man oben auf Ja, die wollen alle männliche, alle männliche, also die wollen alles männliche da vorgestellt Da sagen die nein, die hatten ein Podium, okay, die kommen hier von oben, hier oben auf der Brücke Ja, also hier Ich fahr jetzt mal wieder instant hier runter Die hier und auch hier runter Ja, rennen wir alle direkt hinterher, Alter, Alter Bist du ein Idiot, Alter? Was? Der hat Hyper-Armor bei dem Scheiß Wer? Beim letzten Heavy hat der Hyper-Armor, der Typ? Ne, gell? Warmonger Ja, ich bin's geopfert Ja, ich bin's geopfert Aber jetzt ist die Darkierer bei den Gegnern drin, Alter, Mann Das ist ja unfassbar, Alter Oh, ich könnte ein bisschen leben hier Wo seid ihr eigentlich wieder bekannt? 时候 nach euch zu finden, die ganze Zeit Ich bin grad beschäftigt? Schade Alter, die sparen mich hier zu, Alter Ich bin hier in der Ecke, aber ihr seid beide beschäftigt, wie's scheint, oder, Alter? Ja, ich kam erst jetzt, ich krieg Rundfunk, so ein Fähiger, Alter. Tschüss, Alter. Ja, das ist, ach, das war mies, Alter. Ich komm jetzt, wir werfen meine Bomben. Der Digga ohne Wiss. Das rennt der Cancel da rein, warum? Ja, ich renne jetzt auch rein, Alter. Ich geb jetzt mal die harte Strafe, Alter. Schlimm ist einfach, dass hier der Kira-Typ immer noch drin ist. Wenn ich Leute kicken könnte, hätte ihn direkt gekickt, Alter. Der Erste, den ich gekickt hätte, Alter, Mann. Ja, ich wusste es, Alter. Ich wusste es irgendwie. Ich wusste es, bis Leben kommt. Ja, perfekt. Da kommt jemand runter. Ich wusste es, Alter. Dass er das Eiskeil gerade gemacht hat, das habe ich nicht erwartet. Was? Der hat doch mischt geparriert, Alter. Wer war denn gerade gut? Was? Sein Stagger, Alter, war? Warte, wenn man darfst du es nicht unterschätzen, dann scheiße, Alter, Mann. Der Warden verpisst dich, Alter. Der Warden ist auch dieser Kira-Typ, von dem ich geredet hab, mit einem 117er Ping, Alter, und Durchgänge. Ach, der, der. Ich möchte davon kriegen, dass der Spruch... Ich habe es eigentlich bewusst, Alter. Uh, ich komme jetzt. Aber ich habe dem Warden ein bisschen harte Strafe gegeben. Das heißt, seine Stamina regeneriert sich ein bisschen weniger. Langsamer. Ja, wow, Alter. Boah, der war richtig gut platziert, Alter. Und die lags, Bruder. Digga, er kriegt alles Kite Rage schon wieder, Alter. Digga, der Stagger hat nicht mehr Heavy Armor, Alter. Was ist das? Welcher Stagger? Ja, den Push von Norbringer, Alter. Der hat nicht... What? Nein, das ist mir schon vorher aufgefallen, Alter. Ich spiele aber auch vorher lange... Das ist mir... Das ist mir nie aufgefallen. Das Spiel war vorher lange... Äh, äh, wahl, Alter. Ich glaube, irgendwie gar nicht so oft. Ich glaube, irgendwie gar nicht so oft. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Geh da dein Leben, Alter. Geh weg, geh weg, Alter. Geh jetzt Leben holen, Alter. Das ist wirklich durchgezogen, Alter. Ich bin in diesem Schuhblock, wo du es mir trotzdem drauf hast. Ich will den Fidu-Mitglied! Ja, der ist sehr einfach, Alter. Digga... Dieses Spiel haftet mich einfach irgendwo teilweise. Spiel aus uns beide, Alter. Wir müssen einfach immer richtig gut ficken. Weißt du? So ist es immer. Wir müssen einfach keine Fick darauf geben. Wenn da so eine Scheiße passiert. Einfach weitermachen. Das ist auf jeden Fall ein sehr intensives Match, Alter, der steht hier. Ja, okay, nice. Nice. Ah, okay, Alter. Dass ich mich nicht mal bewegen kann, auch bei dem Scheiß, Alter. Digga... Ja, Digga, dass es dann richtig runternerfen war. Oh, die hat die geparriert! Okay, es ist kein Bot, Alter. Und da hat der Nächste verlassen. Alle schwache Kreaturen. Oh, 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 oh... Bombel? Sag mir doch eine Bombel合 withdrawal. Nein, ich habe einfach nur meine Heveys gespabbt, Alter. Ah, okay... Ich bin auf der anderen Seite, aber ich laufe zu dir gerade. Ich bin Ralf. Oh, da ist ja noch jemand. Wo ist die Valkyrie? Da ist die Valkyrie, ich hab's dir. Ist ja gar ein Bot, Alter. Digga, das ist ja über Cringe, Alter. Ja, was ist mit unseren Mates da? Was sollte das denn da sein? Nein, ich meine, dass der Huren so'n genervt ist, Alter. Also, dass wir's weggemacht haben. Ja, das sowieso. Dass der Huren so'n genervt ist, dass der Mates, der Mates war. Ich muss erst so auf dieses geschissene Wort. So, hier, Death Card, Alter, für euch. Ah, die haben auch zwei, die haben zwei Gerage- Ah, einer für uns hat Gerage-Credit und zwei von denen, also so. So, wie wir gespielt haben, Alter. Das war ja immer ein Schwach. Einfach nur Schwach von dem, Alter. Sie wurden geroastet, bis zum Geht nicht mehr, Alter. Der Lander war auch ziemlich gut, aber der konnte auch mit seinen Scheiß-Spams davon kommen, Alter. Ja, Digga, das ist das Schlimmste. Konnte immer dich treffen mit seinen Double Lights, Alter. Wegen diesem Scheiß-PS4-System, Alter. Weil die Konsole einfach verkackt haben. Ja, ich bin aber jetzt gerade auch, wenn mir jetzt die Luft raus, Alter, bei For Honor war. Weißt du sagen? Ja, das war auch eigentlich echt, dass damit kann man abschießen. Okay! Kultensatz. Schade. Ja, ich bin�it. Ich bin auf gebucht.